herzlich willkommen zur weiteren folge uri 2 wir machen uns direkt weiter auf dem weg und wollen mal sehen und diese wühlung in diesem sand hier hinbringen wir stehen vor diesem violetten mauer die müssen jetzt bezwingen habe aber schon eine idee deswegen gehen wir direkt weiter weil er unten in der erde war doch hinten und ding was uns da abgeschossen hat vielleicht schon irgendwie gedacht ich habe ich nicht bekommen okay nein 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 okay Und jetzt kommt die Aber dann kommt die Und dann kommt die Und dann kommt die Wie geht's mit dem Was ist das? Ich bin jetzt nicht Ich bin jetzt Ich bin jetzt Ich bin jetzt ja kommen wir hier da gehen wir mal da muss man hier geladen dann erstmal killen jetzt da haben wir noch da unten wahrscheinlich wie ein torpedo im sand ich kann ja dieses auge schießen die dinge aber auch nicht kommen ist ja ernst das ist ja ernst der ganzen scheiße mal holen Was? Das ist gar nicht so wichtig, aber ich will es dem trotzdem haben. Oh ne, komm. Das macht keinen Spaß mehr. Das macht wirklich keinen Spaß mehr. Jetzt reicht es mir. Jetzt scheiß auch, dass wir sein. So. Wir müssen einfach mal das machen, was wir machen wollen. Also hier oben längst. Ich habe keine Lust, das zu machen. Nein, auf den Mann. Ganz warm. Wie schlecht kann man denn sein? Ja. Bisschen verarschen. Komm in der Himmere geflogen, Kackteil. Ich glaube es nicht. Ey, ganz ehrlich. Das ist echt krass. Kein Spaß mehr. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Katze Alter Der muss doch schießen, dann will ich hier wahrscheinlich die Mauer kaputt bekommen, oder? Oder muss ich den hier übernehmen, oder den hier wahrscheinlich, ne? Da ist der Schalter, der brauchen wir auf jeden Fall Hm Okay, das war's aber nicht Na, du sollst ja nicht herfliegen, die Nase Mal Ah, warte mal, wir müssen noch Leben haben, bevor wir drauf gehen Hä? Guck, du fliegt hier nach mir her Oder kann ich nie achten? Na gut Habe ich ganz verstanden, aber Warum ist das existiert? Weil ich dran saß Was ist das? Oh, das war's! Aber diesmal brauchen wir nicht ganz von vorne anfangen. Oh, das ist doch euer Ernst. Das gibt's nicht, das gibt's nicht. Oh, alter Schwede. Das war richtig schlecht gerade. Oh, diese Kackkatze, diese Kackkatze. So. Oh, das ist so schwer. Alter, ist das schwer. Oh, das war richtig dumm. Oh, das war richtig. Nein! Alter! Und dann los? Das muss man schon mal überlegen, glaube ich. Oh! 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 Alter! Was ist denn das? Das ist sowieso heiß damit! Oh, das war klar! Wir müssen ja irgendwie durchkommen, oder? Vielleicht müssen wir mit dem Sprung schwimmen? Oh, das ist eine enge Kiste da, oder? Oh! Kann man nur die eine Richtung machen? Ja, was? Wo bin ich denn? Oh! Tech mir wieder. Nah! Ja! 年的 Fähne Ich fahre jetzt nicht mal, da fahre ich wieder rein. Das ist doch behindert. Da komm ich nicht rum. Oh! Warte, jetzt schaffen wir's. Ich hab's umgefühlen. Aber ich muss da irgendwie durch, ne? Wie soll ich das denn schaffen, ey? Obwohl, das ist ein gutes Zeitfenster, glaub ich, ne? Boah, ne, das ist echt... Uh. Gute Katze. Gespeichert, haha. Hab ich ein Glück gehabt. Komm her, du Katze. Guck mal, gespeichert. Echt ganz immens? Das war echt, da hat ein halbes Stück. Das war echt IN Sie. Möchtender. Das war echt nur ein bisschen, aber ist es. Das war echt nicht. das ist So. Hey, wie soll man denn da weiterkommen? Die gute Frage, oder? Die gute Frage. Hier geht's nicht weiter, oder? Nein. Okay, nur speichern, okay. Okay, dann können wir das dann schaffen. Wir müssen in die Karte gucken. Also, da ist das Speicherding und da müssen wir eigentlich hochkommen. Aber wie komme ich denn da hoch? Da gibt's auch noch einen Weg, oder? Hä? Nein. Versteh ich nicht. Komm, damit ich nicht ganz hoch bis zu dem Sandsatz. Da komme ich nicht ganz hoch. Das heißt, wenn ich nicht ganz so hoch komme, dann komme ich auch nicht ganz hinten, ne? Durch. Was mache ich denn jetzt? Ich hätte gesagt, dass der Wind mich darüber tragen kann, irgendwie. Aber das schafft er ja auch nicht. Mist. Oder kann ich mich da in den Topf reinwühlen? Soll der da probieren? Ja. Kann ich mal versuchen. Wunder. Ich glaube, ich weiß nicht, dass es geht. Wer weiß. Doch, okay. Das muss ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, dass ich dann da ich kann, aber egal. Okay, aber... Ganz hoch komme ich da nicht. Aber ich denke, die Schutz benutzen, um zu viel... Beide zu fliegen, vielleicht? Ich muss doch nicht. Oh, das ist ja auch... Da muss ich auch richtig weit fliegen. Ich probiere es trotzdem nochmal. Oh, Mast! Boah, du blödes Viech. Ach, Mann. Da war ich fast dran. Das war schon fast in der Gegend, oder? Am besten. Ich muss wegen dem Torpedo rausfliegen, das war eigentlich nicht. Ein Mann kann es weiter herkommen mit blöd Racketer. Nein, aber das war schon der falsche Weg, aber richtige Idee. Das war so eng. Ich weiß, ich könnte das alles zurechtschneiden, dass ihr immer nur seht, wie ich es schaffe. Das wäre ja nicht realistisch, oder? Oh, zack. Stimmt. Ich wollte es nicht tun. Ach, Mann, wie kommen die Klammern? Ach, geht doch nicht. Also jetzt habe ich auch die Schnurze vorher. Er ist auch lange, oder? So. So. Ich hab mal hier. So. 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 gar nicht ist kommt mir gerade noch nicht schwer vor die ecke hier was mache ich denn wenn wir vor allem umbringen kann ich mich da oben wir anfangen was mache ich denn warum ich denn jetzt gibt es noch gar nicht ja klar ich muss jetzt nach rechts oder links Ich würde fast sagen, das ist da drüben, da ist ja so ein... Ach, Mann. Oh, das geht doch gar nicht. Ey, ganz im Ernst. Das ist doch echt... Ich bin hindert. Ach, keine Lust mehr. So, da muss ich in der Zukunft jetzt sterben. Okay, ich probiere das nochmal. Warum? Was macht das denn nicht? Was hat das denn nicht, wenn ich da oben... Verstehe ich nicht. Der muss ja nur da weiter fliegen, du Spaß. Bleib doch mal da hängen jetzt. Warum bleibt ihr nicht da hängen? Nein. alter schwebe jetzt ist meine finger wie den scheiß und herrschte die ganze mensch diesen tempel betreten im nächsten mal dafür habe ich heute keinen nerv mehr vielen dank fürs zuschauen bis zwei tschüss